so wie war denn jetzt deine erfahrung hier ja es war eine großartige erfahrung hat aber auch super guten support natürlich von steffen und nick und ja immer wieder gerne drei sachen die du gelernt hast du schrauben es wird nie so wie man sich vorstellt man braucht eine deutlich größere auswahl angriffen als man sich vorgestellt hat und es macht genauso viel spaß wie es mir gedacht haben wir schrauben heute in straßenschuhen denn es wird ein skateboard boulder boulder des monats märz heute mit gast niklas ist am start kommen wir das für dich ja ich freue mich was hast du denn für die idee du hast ja schon gesagt dass sie ja es wird ein krasser überhang boulder mit hook klemmer und einem möglichen staff und ratschlag wir wollen heute alles ein ich habe schon eine ganz klare vorstelle du hast du hast ja 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 okay okay fängt an mit dem volume ja richtig guter griff gar kein stress da kommt man hier in so ein volume an der klink das ist richtig ekelhaft dafür muss man aber klemmen hier den fuß dann kommt hier über das volume so ein flake kommt man hier raus klemmt dann diesen flake da muss man hier so in so ein loch knallen okay das wäre richtig heftig dann muss man gucken was man macht wahrscheinlich irgendwie so hoch in das noch mit reinwerfen um doppeln zu können dann greifen wir hier wieder raus und da wird irgendwo getoppt die sequenz wird relativ schmierig aber der top wird top lo esk das würde ich möglichst möglichst nur weil hier soll man in so ein so ein klemmer gehen damit man da nicht gefällt ja okay so viel so dass die anfangskelle ja also wenn du hier noch kein schraubst also das kann schon hier einfach was du brauchst nichts drüber nicht nicht dass man so da genau ich glaube du kannst hier schon genug gas geben an der wand ok aber dann können wir das machen sind vielleicht sogar was flacheres von denen hier nehmen oder schon richtig der soll schon der muss performen wir haben uns vorhin schon darüber lustig gemacht dass du immer speedster trägst ja wie willst du da überhaupt richtig gucken mein speedster ist kaputt wenn ich jetzt habe ich einen richtig heftigen okun oder und schuhen oder was auch immer da bin ich gehuckt ja dann mal rein mit dem persenhackler ja ich brauche wieder eine schraube niklas hast du hast ja auch mitbekommen was da passiert bist du bist du bist du bist du so doll drauf bist du zuversichtlich nee aber ich freue mich drauf dann eigentlich ja erst mal so so hier irgendwie reinkommen auf die so ja so und dann muss die zweite hand also du hast ja so dann hast du hier den hook musst du erst mal so reinkommen da musst du erst mal reinkommen und dann kommen wir hoch ok und was mit dem teil hier kommt das kommt aber ich würde sagen wir müssen fast volume-mäßig eine box da bauen ja erst mal weitermachen sollen wir so einen langen sondern so ein dreieck und so was ich gedacht also erst mal müssen wir hier quasi in die richtung kommen und dann muss dann schuld dazu ok reik rein so jetzt haben wir diesen profi tipp verfolgt jetzt haben wir die misere sowie zu denen da hinsetzen ja eigentlich so also der soll so in diese richtung ziehen das ist so wichtig ja so das ist eng das ist richtig ende ja ja hast du damit gerechnet ja schon irgendwie ein bisschen ok ziehe ich mal machen greift meine hin und gucken mal ob du da irgendwie hin käme ist wo dann hoch ist der geht schon aber schon eng du bist nicht der größte also ich bin schon körperlich so könnte ich mir vorstellen dann hast du ein bisschen zug auch nach unten ja dann muss man nur die ecke hier aber meinetwegen können das erstmal einsetzen gucken was passiert wenn wir gleich bouldern ja das machen inspired by und dann aber meinen namen schon creator das wäre mir wichtig wie gehst du eigentlich damit um also ich habe jetzt zum beispiel schon gehört es wird beschwerden geben dass der boulder des monats märz ja gar nicht so einfach ist ja wir haben gehört es wird jetzt schon beschwert ja von sich mit menschen schon beschwert hat wieso hat jemand schon gesagt dass es schwer wird ja ich habe gesagt der boulder des monats märz kommt hier in das dach rein und da wurde sich also gab es schon also spaß ist jetzt vorbei jetzt wird geboldert okay gut ach beschwerden ist das ist ja mal ich glaube die leute lieben herausforderungen das ist kein problem wir leiten die dann einfach an dich weiter aber du ich muss ehrlich sagen mir gefällt das jetzt schon auch so also ich fahr nächste woche nach blo da hat man auch keinen spaß wir kopieren nicht nur boiler sondern auch stimmungen emotionen dann könnte ich mir vorstellen also hat man hier gegebenenfalls den hook nachziehen müssen ungefähr auf diese höhe und da darf er gut sein darf der jetzt gut sein da das richtig ballern da gehen wir rein da muss da müssen zwei hände rein unten hoch das ist das einzige loch was wir haben dann wird es halt ein bubble vielleicht witzig wenn man sich den da um die ecke fängt das kriegt man richtig gut finden jetzt habe ich auch noch die länge dafür und jetzt würde ich natürlich den versuchen so zu holen ja dann müssen wir hier sind immer noch auf den ersten er will das wirklich ausnutzen dass er nur ein boulder schrauben darf die dann machen wir das mal anti mono style mal wände ausnutzen war das kritik ja dann kommt hier noch ein hook hin dann ballern wir hier mit beiden händen und dann gucken wir hier trotzdem noch noch mal so ecke ja okay rein damit ja also irgendwo halt mal hin so jetzt müssen wir ja irgendwann mal hoch jetzt haben wir die möglichkeiten so zu gehen was ja richtig geil ist für alle leute die sich so drehen wollen hatten wir hier ein hook und wenn wir wir kommen ja von hier wir haben ja jetzt den so gefangen ja dann könnten wir jetzt entweder gehst du so oder du hast einen katapult da rechts ja und raus aber der nächste wird hier sein aber du willst du aber mit links hier holen ja ja wie du möchtest du wolltest du mit rechts der passt auch irgendwie sowas genau weil dann hast du halt so ein momentum dass du um die ecken tragen muss fände ich irgendwie cool also quasi so aber wir können auch erstmal mit links was rein schrauben lassen wir mit links erstmal rein schrauben willst ein boulder ne ja das wird so schwer ja jeder hatte ich halt gar keine vorstellung von wenn man sowas nachbaut das hätte so rot werden können ja aber das weiß man ja aber das weiß man ja und dann muss man den ja auch erstmal doppelt und dann muss man erst mal doppeln ja und dann muss von hier müssen wir jetzt weiter in irgendwie sowas semi gutes und dann in richtig guten top ja das ist vorbei achtung nicht dass die schraube dir ins gesicht heute hält jetzt schön den daumen drauf matrix das wird auch ein heftiger wo ja soll ich das halten oder wie machen wo ungefähr wir nehmen die große ja möglichst weit weg von von den ganzen dritten da unten ja genau und dann der nächste der wird weit aber gut wir doppeln den vielleicht doch wenn ich vielleicht das wird vielleicht gedoppelt die kelle da oben da in dem käfig in dem kasten alle hier das riesen einhand kelle das aber das ist wirklich nicht oder das glaubt das wird ja dies groß ja ist gut so auf rot ja du weißt wenn wir hier sind also schleudern hier ist okay aber ja okay ja so dann macht auch den übergang ist da vorsichtig so ein bisschen so dass man ein bisschen raum zum fliegen hat diese fliegen ja ist gut ich sage wir doppeln wahrscheinlich ja also die safe die variante wird doppeln und die spaß variante kann schon fast testen auf wärmen klappe ab ich dachte wir machen nur zwei machen wir doch So, das war jetzt das erste Mal. First try, nicht schlecht. Aber, jo, tough. As expected. Cool. Hat super geklappt mit dem Helog. Ja, der Helog war cool. Und das rausgreifen, aber dann brauchen wir was. Ich glaube, man muss nur stärker werden, also sich reinfühlen. Gucken wir mal, was Steffen sagt. Grandios, genauso wie vorgestellt. Ja? Geil. Der Griff ist fast ein bisschen gut. Hier rechts? Ja. Ja. Ähm. Ja. Oh. Ja. Oh, da guck mal, da kann man sogar hinter das Volume gucken, das war auch nicht verkehrt. Oh ja. Nice. Vor allem mit dem rauskommen. Das sah super anstrengend aus. Guck mal, wie easy. Mir tut alles weh. Das ist viel schwer. Aber das ist unsere erste Kelle da oben, ne? Wow. Schon ganz gut. Oh ja. Das war was, die halbe Show. Der Tog da hinten. Hat sich gut angefühlt. Ja, ich hätte ihn nur höher setzen müssen. Boah. Aber also der zieht halt nicht. Aber vielleicht können wir ja was hintersetzen, ne? Ja, ohne irgendwas da drauf ist, nicht so gut, ne? Nee. Oh, doch. Boah. Boah, das war ja richtig technisch. Danke. Äh. Nee, geht. Doppeln. Hetzige. Doppeln. Hetzige. Ja, klappt wohl. Aber mein Mann. Ah, guck mal, der fliegt nie so raus. Lass uns das bleiben nicht. Gib ihm einen Steppen. Vertächte. Sieht hart aus. Drago Schuhe könnten helfen auf jeden Fall. Und? Ja, das ist ein Masterpiece. Das ist ein Masterpiece. Niklas? Ja, habe ich gesehen. Also ich glaube, Picasso wäre stolz. Das kann man sagen. Das kann man sagen. Sieht schön aus. Das könnte ganz schön morfow sein. Ja, das ist das Ding. Das nervt mich so ein bisschen. Ja. Ja. Vielleicht holen wir den ein bisschen näher ran. Ja. Aber nicht viel, nur so ein Schnüff. Ein Schnüff. Ein Schnüff. Aber ein Schnüff. Also die sind schon alle heiß auf deine Boulder auch hier. Also wir könnten nicht, was machst du denn sonst beruflich? Willst du nicht einfach meinen Job übernehmen? Gleicher Name. Du kannst ja dann... Den Kameramann oder was? Also beruflich mache ich sonst nicht so viel. Deswegen hätte ich wohl Zeit. Ja. Ja. Da wirst du reine Schultern wahrscheinlich eher, ne? Ja. Also der wird besser, der nächste wird schwerer. Ist doch cool. Ja, mit der schlechten Trittsituation bin ich schon sehr zufrieden. Oh, da machen wir uns den gerade irgendwie kaputt. Er hat sich eigentlich gerade schon ganz geil angefühlt auch. Aber was ist denn jetzt? Also ist nur der letzte Zug jetzt zu weit? Und dann könnte er ja einfach nur den letzten Griff näher setzen, oder? Ich finde es jetzt ein bisschen unkomfortabel. Du kannst ihn kaum festhalten, außer wir drehen ihn noch ein bisschen. Und dann stellst du ihn super eng vor den Körper, das ich halt immer rausschubst auf so einem Griff. Vielleicht ist es ja auch cool. Und wo hatten wir den denn gerade reingehört? In welchem Loch? Ein weiter diagonal links. Aber dann fand ich das so weit. Das war nur einer mehr diagonal links. Wow. Das war gekonnt. Ja. So? Ja. Das wird jetzt vorbei sein. Außerdem brauchen wir ja endlich wieder einen Bull, das Monats immer nicht gekauft wird. Das habe ich nicht gesagt. Wir sind auf eurer Seite. Dann braucht man auch nicht so viele Geschenke in der Tombola. Ja. 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 Das ist schon schwer. Ich finde es eigentlich schon ganz cool. Boah. Hättest du nicht geschafft? Nee. Ach komm. Da war ich leer. Geil. Ja. Da muss ja nicht länger sein. Doch. Das stimmt. Du wolltest hoffern? Ja. Alles gut. Gut. Flocking. Das ist unser... Immer wenn ich was sagen soll oder wiederholen soll, dann verhaspel ich mich. Mach die Ferse drauf! Nicht die Ferse! Nice! Oh nein! Ist das gut? Ja, voll! Boah, das ist sehr, sehr cool. Das ist immer richtig Spaß. Hier machst du einen deiner Lieblingsroutenbauertricks. Ja, weil jetzt ist das verboten. Per Gesetz. Man darf keine andere Farbe hocken. Sweet. Holz ist drin. Holz. Cool. Ja, dann haben wir doch erstmal einen runden... Findest du den Endzug? Den... Ja, da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, ob der ein bisschen weit oben raus ist. Ja. Und ob wir den nicht noch verlängern sollten bei noch einem Zug. Also den einfach näher ran holen und noch einen Zug, der muss gar nicht schwer sein. Ja. Also was ich halt cool finde, ist wenn man immer noch, wenn man so einen Victory-Jug hat, wo man vielleicht sogar rein committen muss. Werde ich jetzt hier der Fall, wir könnten den aber halt auch ein bisschen weiter hoch geben. Dann zieht man nicht ganz so weit rüber, aber wenn wir den halt trotzdem diagonal schrauben... Ich fände das halt cool, wenn wir den... Dann pendelt man es vielleicht doch einmal. So, jetzt stellen wir mal so einen Schulterzug vor. Ja. Und statt überkreuzen in die Schulter. Genau, genau. Ich fände mir jetzt mal vor. So, so einen Schulterzug. Auch so einen recht okay, nicht so ganz guten. Und dann hoch zum Top. Ich finde die Position schon sehr schwer. Ich weiß nicht, ob man in die Schulter reinziehen kann und der Griff viel zu schlecht wird. Deswegen kommitte ich auch in den Kreuzer rein. Und versuche den nicht so aufzuspannen. Ja. Der wird schlecht, ne? Der wird mega schlecht. Aber auch ein Kreuzer, da muss ich schon meinen Kopf ausmachen, um da irgendwas noch zu tun. Genau. Ich merke, er wird... Immer schwerer. Ja, Schwierigkeitstechnisch hat den schon schnüff leichter gemacht. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Also man fängt sich den, dann muss man den doppeln und auf einmal hat man den wie so einen Maiskolben vor dem Gesicht. Ja. Und man muss den richtig zudrücken. Ja, aber mit dem Top bin ich nicht so ganz... Ich auch nicht. Mit dem Top-Out finde ich... Das ist auch richtig scheiße. Top-Out? Dahinter geht's runter. Mit dem... Henkelschmenkel. Ja, da bin ich nicht so ganz zufrieden. Ja. Du willst da... Also du hast ja jetzt gerade schon gemerkt, den zu doppeln wird's auch schwer. Das soll ja auch bleiben. Ja, okay. Genau, nur dass man da vielleicht anstatt den doppeln und jetzt auch noch richtig, richtig festhalten muss und dann noch Schwung rausholen und dann einen Kreuzer kommitten muss. Näher dran und was schlechteres? Genau. Näher dran und was schlechteres. Ich fand den eigentlich, nur weil Niklas den gerade in der Hand hatte. Stimmt, hat er? Ich dachte das hier. Das sind übrigens zu viele Niklas hier am Dreh. Da sieht man, das ist ein Profi, ne? Ja. Das macht er nicht zum ersten Mal. Glaubst du? Ja. Sehr schön. Was? Knie nach außen. Ja. Nein. Das Knie nicht auch nach außen. Ja doch. Hattest du vorhin einmal. Aber jetzt, wenn du so reingehst, dann kriegst du es nicht nach außen. Aber ich habe rechts den Heelook drin, stelle links, aber auch schon offen, sodass du das Knie danach am außen hin zeigst. Boah, ist der geil. Der ist vor allem auch einfach in allen Zügen nicht zu schwer. Also außer da. Aber das ist aber in Ordnung. Das sieht richtig gut aus. Ja, genau so. Ja. Ja, ja. Oh, ja, ja. Das sieht besser aus, fühlt sich besser an. Das finde ich großartig. Schön. Ja, toll. Bist du zufrieden mit deinem Boulder? Ja, das war einfach als gedacht. Ganz ehrlich? Dann können hier gleich mal die... Starken Bubis, ne? Ja, Monokinder. Also ungeachtet dessen, ob der zu leicht ist, der ist todeschwer. Okay. Also du machst das schon ziemlich gut. Ja, wir müssen aber die Aufnahme gleich noch mal machen, ohne dass ich meine Daumen die ganze Zeit auf die Schrauben drücke, oder? Ist okay. Ist okay. Ich würde jetzt eher... Jetzt Füße. Warte! Ja, sehr gut! Boah! Das ist aber auch wunderschön, oder? So, da haben wir auch schon die ersten Aspiranten. Ja, ich bin Paul und ich werde mit Sicherheit da unten gleich debben, ungefähr an dem Volumen. Falls das nicht passiert, wird mir dann der Toruk hier rausrutschen. Und dann werde ich das vielleicht noch irgendwie weghalten und dann einfach hochcampusen. Das ist so mein Gameplan. You got it. You got it. You got it. You got it. Also nochmal, ne? Weiß durft ihr nicht berühren. Deswegen ist, also hier wird nicht gehelogt, ne? Ja, ja, ja. Die Regeln. Ich bin richtig gedeppt die ganze Zeit. Wir machen auch noch ein Schild dran, wer den berührt ist, raus. Ja, okay. Okay. So, Einschätzung? Flash? Ja oder nein? Nein. Ja. Ja, ja. Nein. Uh. Ich sag... Also 50-50? Ich sag ja. Ja, okay. Scheiße. Ist das der Start überhaupt? Ja. Es wird auch so gedeppt. Ja. 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 Du nicht hast das. Auf geht's mal. Machst du mal Römer. Nice. Come on. Come on. Come on. Come on. But that's... What's for? It's really surprising. It's so funny. And you're also on the camera and 5 people who are betting on the 5th. That's so crazy. How? We'll see you again in April. Wait. Niklas. We'll see you again in April. Again? Okay. We'll see you again in April.